Anna studierte Tiermedizin, als der Krieg ausbrach. Die Deutschen standen nur noch 30 Kilometer vor Paris, als ein Brief ihres Vaters sie erreichte. Er sei bei guter Gesundheit, doch bitte er sie inständig, das Ende des Krieges abzuwarten, bevor sie nach Hause komme. Geduld gehörte nicht gerade zu Annas Sterne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey! Come on, let's go! Let's go. Hey! Come on! Come on! Let's go. N買dez dich. Es kommt an die Trärmste. Das ist ein Traum. STichfolisch! Guck mal! Guck mal! Möchtest du, Madame? Willkommen in Paris! Willkommen in Paris!